Klein und rein Volkswagen zeigt auf der Nutzfahrzeug IAA die Kurierversion des VW ab. Als E-Load-Up soll der Kleine rund 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Mit dem elektrifizierten Up zeigen die Wolfsburger ein erstes Modell der Nutzfahrzeugpalette, das lokal emissionsfrei fahren kann. Aber auch die normalen Modellreihen von VW-Nutzfahrzeuge werden immer grüner. Blue Motion Technology und EcoFuel Erdgasantriebe sind fester Bestandteil der Modellpalette.